Bevor wir mit dem Video anfangen, kleine Spoiler-Warnung zum Doviri-Quest. Es werden einige Ausschnitte aus dem Quest in dem Video verbaut sein, genauso wie einige Ausschnitte aus dem New War Quest. Ich versuche mich möglichst spoilerfrei dazu bewegen, gerade was dem New War Quest angeht, aber es wird sich nicht vermeiden lassen, dass gewisse Locations und möglicherweise Cutscenes gezeigt werden. Wie dem auch sei, das war die Spoiler-Warnung. Viel Spaß beim Video. Warframe, wir müssen reden. Es kann so nicht weitergehen. Letzten Mittwoch, also vermutlich noch letzten Mittwoch, wenn das Video hier erscheint, also den 26. April, erschien das lang erwartete Doviri-Paradox-Update. Der erste Trailer zum Doviri-Paradox kam, wenn ich mich nicht irre, vor drei Jahren raus. 2020. Zwei Jahre später, also im Sommer, auf der TennoCon 2022, wurde das Doviri-Paradox für Later This Year angekündigt. Wenn man sich dann den New War als Vorlage nahm, konnte man erwarten, dass das Update so ungefähr Ende des Jahres kommen würde. Dezember, Mitte Dezember kam auch der New War im Jahr davor raus. Das hatte ich und hat noch einige andere vermutet. Tja, dazu kam es nicht. De brauchte mehr Zeit und gab uns stattdessen eine Survival-Mission with a Twist, gefolgt von einer Defense-Mission with a Twist. Im Frühjahr 2023. Also die Survival-Mission kam im, ich glaube Ende November, Anfang Dezember 2022 und halt im Frühjahr mit dem Citrine-Update kam halt die Defense-Mission with a Twist. Naja, geschenkt. Besser länger warten, als ein verbuggtes Update, das nicht fertig ist oder so wirkt, als hätte man unter Zeitdruck alles zusammenschustern müssen und möglicherweise Sachen kürzen müssen. Das hatten wir ja auch schon. Die Updates in Warframe sind ja häufiger mal nicht die besten, was Bugs angeht. Nun, es ist jetzt da. Und es kommt natürlich die Frage auf, hat sich das lange Warten gelohnt? Nein, hat es nicht. Das ist meine Meinung, als Veteran-Spieler mit 6 Jahren Warframe-Erfahrung und über 3500 Spielstunden. Also, nur als kleiner Disclaimer, mein Review zum Diviri-Paradox hier ist subjektiv. Ich bemühe mich natürlich, die Dinge so objektiv zu betrachten wie möglich, aber am Ende bleibt eine Meinung zu einer Sache immer auch subjektiv. Deswegen, wenn ihr anders empfindet, geschenkt. Ist so, kann ich nicht ändern. Ich gebe hier nur meine Meinung zum Besten. Und, ja. Also, warum glaube ich, dass das Warten sich nicht gelohnt hat? Und das hat mehrere Gründe. Zum einen war der Quest, der etwa zwei Stunden lang ist. Ich habe, glaube ich, zweieinhalb Stunden gebraucht, vielleicht sogar ein bisschen länger, weil ich mir die Welt noch sehr angeguckt habe. Da hat zum Beispiel auch Teshin dann gesagt, jo, wenn du genug den Himmel erkundet hast, dann kannst du ja mal umdrehen und zurück zum Punkt, wo du eigentlich hin sollst. Das fand ich ganz gut an der Stelle. Ähm, ja, äh, wo war ich? Äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ah ja, der Quest. Ich finde den nicht allzu gut. Und ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, ob das jetzt alles ist oder ob da noch was Krasses kommt. Aber es kam nichts Krasses. Es war underwhelming. Ich hatte nicht viele Erwartungen an das Update. Ich hatte ja auch, äh, Update-Reviews zu den Death-Streams gemacht und wusste ungefähr, was kommt. Trotzdem habe ich irgendwie mehr erwartet. Mehr Neues. Ich hatte immer noch den New War im Kopf als ein Muster-Update, als ein Musterhaftes Beispiel für ein gutes Warframe-Update. Vielleicht sogar das Beste, was wir je hatten. Meiner Meinung nach. Also, im Nuwiri-Paradox, Voice-Acting, Cinematic und Musik waren top. Da gibt es eine 10 von 10. Aber in Sachen Story-Design fängt es an zu hapern. Gut, Warframe war von Anfang an kein sehr Story-basiertes Spiel. Das entwickelte sich erst nach und nach und hat mit dem New Warquest dann vermutlich seinen Höhepunkt gefunden. Aber Warframe zeichnet sich vor allem durch Gameplay aus. Und durch spielerische Freiheiten. Muss man auch dazu sagen. Wir haben sehr viele Freiheiten, was Handeln mit Premium-Währung angeht. Oder, ähm, Design von Dojos, Builds, etc. Wir haben wirklich sehr, oder Design einfach von unserem persönlichen Hub, vom Orbiter. Wir haben sehr viele spielerische Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten. Fashionframe, auch so eine Sache. Aber genau hier beim Gameplay liegt der Hund begraben. Wie man so schön sagt. Der Quest bietet eigentlich nichts Neues. Ja, wir bekommen ein Pferd. Das ist cool. Aber das Pferd können wir nur im Duwiri nutzen. Und selbst da nicht überall und auch nicht immer. Wenn Dominus keine Lust auf Hotehü hat, dann sagt er, nein, du reitest jetzt nicht mehr. Ist das nicht schön? So eine Sache, die eigentlich ein Pluspunkt für das Update ist, kann theoretisch vom Update selbst verboten werden. Naja. Und wir bekommen Nahkampf für den Drifter. Und nur für den Drifter. Ich bin mehr so ein Fan vom Operator, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mit dem Operator fünf Jahre über 2000, fast 3000 Spielstunden verbracht. Nicht ganz fünf Jahre und nicht ganz 2000 Spielstunden. Ich habe ihn ja nicht von Anfang an gehabt. Hat sich ja auch erst entwickelt. Aber ich habe den Operator lieb gewonnen und identifiziere mich persönlich auch mit dem Operator. Ist so eine Sache, ne? Und dann kommt plötzlich der Drifter. Ist nett. Wir können zum Drifter wechseln. Ist okay. Finde ich cool. Habe ich mich designtechnisch auch ausgetobt, was Szenen angeht. Aber mein Herz liegt beim Operator. Ist halt so. Insgesamt ist alles andere im Duviri-Paradox irgendwie altes Gameplay in neuer Location. Es wirkt ein bisschen so, als ob Steve und Co. sich beim Entwickeln von Duviri dachten, Mensch, das ist ja so gut geworden. Lass mal daraus unser eigenes Souls-Game machen. Aber als separates Spiel. So entstand Soulframe. Zumindest meiner Ansicht nach. Klar, sie haben sich bei Elden Ring und Dark Souls orientiert. Das merkt man. Das merkt man stark. Aber ich denke, bei dieser Idee, komm, wir machen Elden Ring und Dark Souls, Bloodborne, also Souls-Likes, in unser Warframe-Spiel mit rein. Machen sie ja häufig. Wir haben sehr viele Mechaniken aus anderen Spielen in Warframe. Ist ja auch gut so. Wir haben sehr viel Variation. Aber anscheinend hat denen das so viel Spaß gemacht, dass sie ihr eigenes Spiel daraus entwickelt haben. Und ich meine, dabei hätte man es belassen können. Von wegen, wir gehen doch bei dem Duviri-Paradox mehr in Richtung Warframe und packen alles, was wir eigentlich aus dem Souls-Like-Genre rausgeholt haben, ins Souls-Frame rein. Haben sie aber nicht gemacht. Es wirkt ein bisschen so, als ob wir hier die, ja, ich sag mal, die Pre-Version, die Alpha-Version von Soulframe ein bisschen anspielen. Aber was Soulframe betrifft, sehen wir ja in Zukunft. Und nun haben wir in Warframe diesen Soulframe-Vorgeschmack und meiner Meinung nach war der, wie gesagt, unnötig. Allein das Anvisieren. Wer nutzt das? Es behindert mehr, als dass es hilft. Habt ihr, ich hab's ausprobiert im Quest. Habt ihr danach versucht anzuvisieren? Es ist so nervig. Man merkt, in Dark Souls ist Anvisieren eigentlich eine ganz gute Sache. In manchen Situationen braucht man's nicht, ja, aber an sich ist Anvisieren in Dark Souls gut. In Warframe ist es hinderlich. Es ist schlecht. Wir brauchen es nicht. So eine Sache, die könnte man eigentlich schon wieder rauspatchen. Aber hey, es gibt sie nur im Doveri-Paradox und das wird eh wahrscheinlich in zwei, drei, vielleicht vier Monaten, vielleicht auch sechs fallen gelassen und es wird sich was Neuem zugewandt. So läuft das normalerweise, aber dazu später. Nun, klar, das Doveri-Paradox ist laut DE dazu gedacht, dass neue Spieler in Warframe reinfinden und eine Alternative zum normalen Warframe-Start haben, um schneller in das Game zu kommen. Klar müssen wir uns da erst im Quest durch die ganzen normalen Missionen inklusive Tutorial durchkämpfen. Das muss natürlich auch vertreten sein, damit die neuen Spieler ins Game reinkommen. Ich wünschte, man hätte die Option als Veteran-Spieler, diese Sachen einfach zu skippen. Ich muss keine Defense oder Auslöschungsmission oder diese Void, ach wie heißt der denn, Void Armageddon, Void Flut, ich glaube es war Void Flut, oder? Das mit den Bubbles, die man einsammeln muss, um die Tore zu schließen. Eigentlich ein Spielmodus, den ich ganz cool finde, aber manchmal auch sehr nervig, gerade wenn man nicht den passenden Frame dazu hat. Ich empfehle Volt. Volt war für alle Missionen eigentlich ganz cool. Von wegen Verteidigung kann er gut, Speed aufbauen kann er gut, er hat AOE-Effekte. Ja, und die Piranha als Sekundärwaffe. Habe ich nämlich auch ein Bild so gemacht, zur Piranha Prime glaube ich nur, aber die modden sich eh ungefähr gleich. Ist auf jeden Fall eine sehr starke Waffe. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Tutorial. Müssen wir durch. Ist dann halt so. Aber auch hier muss ich dann kritisieren, dass das Gameplay im Quest zwar den neuen Spielern zugute kommt, aber keineswegs der Quest selber. Das ist wieder so, wir haben etwas mehr vom Quest als Veteran-Spieler. Wir kennen die Story von Warframe. Die neuen Spieler kennen die nicht. Wir kennen bereits das Gameplay, die neuen Spieler kennen es nicht. Wir könnten gerne das Gameplay überspringen. Das wäre cool gewesen. Aber die Story hat mich dann schon interessiert. Aber für neue Spieler ist es halt ein bisschen verwirrend, könnte man schon sagen. Es wird so viel von der eigentlichen Warframe-Story, wie soll man sagen, angespoilert, worunter meiner Meinung nach das Spielerlebnis der normalen Warframe-Story halt leidet. Es werden wichtige Namen genannt. Zum Beispiel Tashin und die Zerryman wird erwähnt und das Void und was weiß ich. Es gab sicher noch mehr. Tja, und damit kannst du als neuer Spieler nichts anfangen. Gut, du lernst da Tashin kennen, aber nicht unseren Tashin. Und dann, wenn du ins neue, ins richtige Warframe rein wechseln würdest und dann nach, keine Ahnung, 30, 40 Stunden Tashin begegnest und du so, Hör, wer ist das? Ja klar, das ist, das ist Tashin. Das ist eigentlich so ein Moment, wo du den erst kennenlernst, aber du kennst ihn jetzt schon. Aber in einer alternativen Version. Schwierig. Sagen wir es mal so. Und auch gewisse Details, die du in der Warframe-Lore richtig spät, wie zum Beispiel die Zerryman, erst wirklich begreifst und von der erfährst, die wird hier einfach direkt reingeschoben. Es ist auch in der Hinsicht etwas, ja, schwierig, was neue Spiele angeht. Und als neuer Spieler lernt man im Doviri-Paradox einige, bei weitem nicht alle Mechaniken des normalen Spiels. Und man bekommt ein Gefühl für die Steuerung und man gewöhnt sich an die Grafik des Spiels, kann da sehen, wie das aufgebaut ist, ob die einem gefällt oder nicht. Aber als neuer Spieler bekommst du kein Gefühl für die Welt, in der Warframe spielt. Und was Warframe eigentlich außerhalb von Doviri ist, das ist vollkommen außen vor gelassen. Du erlebst ein separates Spiel, könnte man fast schon sagen, mit Aspekten von Warframe. Ob das jetzt dazu führt, dass neue Spieler bei Warframe bleiben und ins alte Warframe rein wechseln, ist fraglich. Wenn ich als neuer Spieler mit Doviri angefangen hätte und es mir Spaß machen würde, was es nicht wirklich tut, ich finde es etwas langweilig und, ja, langwierig, und dann aus Neugier ins normale Warframe wechseln würde, dann wäre ich vermutlich sehr schnell wieder beim Doviri und würde das Base Game links liegen lassen. Es ist halt zu unterschiedlich, was das angeht. Wenn ich jetzt als neuer Spieler nur in Doviri reingehen würde, würde das wahrscheinlich, so wie wir DI kennen, nicht lange halten. Wie gesagt, wenn ein Update kommt, eine neue Mechanik, eine neue Welt, es wird noch mit zwei, drei, vielleicht auch vier Content-Updates versorgt. Und dann wird es vergessen und ignoriert. Und sich was Neuem zugewandt. Ein neuer Open World, das ist schon häufiger passiert. Versteht mich nicht falsch. Viele Updates und Game-Modes sind top gewesen und sind es immer noch. Nur es fühlt sich halt so an, als ob DI genau diese Top-Game-Modes, diese Top-Open-Worlds fallen lässt. Es passiert nichts Neues. Irgendwann hast du alles gefarmt, alle Sachen gemacht. Und du hast keinen Grund mehr, da hinzugehen, obwohl es toll designt ist und die Mission eigentlich auch ganz cool. Kleines Beispiel. Railjack. Nach dem großen Rework-Update, was wir nicht ohne Grund das Step-Bro-Update genannt haben, so oft waren wir selten nach einem Update und mehrere Hotfixes stuck als in diesen, aber inzwischen läuft ja alles in Railjack. Nur Content kam halt keiner mehr. Keine neuen Planetensysteme, die man besuchen konnte, also von den normalen Ursprungsplaneten, die man da mit dem Railjack besuchen konnte. Keine neuen Upgrades fürs Schiff, keine neuen Waffenkarten, neuen Mods, keine neuen Spielmodi. Dabei bietet Railjack so viele Optionen. Zum Beispiel Raumschiff-PVE mit mehreren Raumschiffen, wo man dann mit vielleicht acht Spielern spielt oder jeder bringt sein eigenes Raumschiff mit und die Crew wird ersetzt durch die NPCs. Wäre auch eine Möglichkeit. Wäre auch ganz cool. Oder Conclave und Lunario, unsere PvP-Modes, spielt so gut wie keiner. Also ich würde mich wundern, wenn 5% der Spielerbasis von Warframe PvP spielen. Player vs. Player ist in Warframe einfach sehr chaotisch und bringt dir eigentlich sehr wenig. Gut, die Belohnungen sind ganz cool, aber die würde ich dann auch... Gerade diese Belohnung würde ich vielleicht in den Raid-Modus reinpacken und nicht in PvP. Aber dazu kommen wir vielleicht nochmal später. Stell dir mal vor, man könnte Raumschiff-Schlachten spielen. Wo man dann mit seinen Schiffen in einer Raumschiff-Schlacht zwischen Grineer und Corpus selbst noch mitkämpft. Und zwar als PvP. Das wäre auch eine ganz coole Idee. Klar, man müsste auf Archering verzichten, aber mit der Bug-Kanone, die dann einen treffen kann. Man müsste als Team spielen. Einer repariert und einer löscht die Feuer und so weiter und so fort. Und nebenbei können dann immer noch Grineer und Corpus auf einen schießen oder auch das Schiff boarden. Wäre eine ganz coole Idee. Okay, umsetzbar weiß ich nicht, wie gut da die Engine ist und das System ist ja auch schon etwas alt. 2013 und der Code dürfte nicht neu sein. Dürfte ja immer noch auf 2013 basieren. Glaube ich. Könnte sein. Aber wäre zumindest interessant. Und das ist ja auch nur ein Beispiel, was die liegengelassenen Optionen und Chancen angeht. Nach zwei, drei Content-Updates war es mit den Open Worlds auch vorbei. Gut, die erste, Planes of Eidolon, hat glaube ich noch ganz gut bekommen. Später dann auch nochmal. Aber Fortuna? Deimos? Da kam nicht mehr viel. Naja. Aber zurück zum eigentlichen Update und genug von als neuer Spieler wäre es vermutlich so. Was habe ich als Veteran außer mangelnder Kreativität in Sachen Gameplay zu bemängeln? Zunächst fühlt sich das Spielgeschehen als Drifter unglaublich langsam an. Wir bewegen uns langsam. Wir greifen langsam an. Gut, das kann man mit den Dekreten teilweise ausgleichen, dass man schneller angreift. Aber von Grund auf, wir haben ein sehr gutes Moveset in Warframe, im Normalen. Und das ist beim Drifter nicht gegeben. Für ein Souls-Like wäre es vermutlich okay. Nicht perfekt, aber okay. Aber für Warframe ist es sehr langweilig gestaltet, weil wir einfach daran gewöhnt sind, stark, schnell und tanky zu sein. Wenn wir in Naros oder in Grendel spielen oder in Chroma, das juckt uns irgendein Typ, der auf uns ballert, ist uns egal. Wir können durch die Open World rasen, wie wir wollen, wenn wir ein Gauss oder ein Volt sind. Und wir können eine ganze Map nuken oder 30 Meter Umkreis oder mehr oder 50, wenn wir eine Saren oder eine Mesa spielen. Wir sind Götter in Warframe. Und plötzlich werden wir reduziert auf einen Souls-Like-Charakter, die zwar nach langer, langer Zeit irgendwann in den Anfanggebieten wie Götter sind, aber auch da muss man immer noch aufpassen, dass man nicht falsch erwischt wird von irgendwie hinten in Stunlock-Gerät oder sonst was. Man muss immer auf der Hut sein in Souls-Like. Und das ist in Warframe normalerweise nicht so. Und das ist einfach auch nicht das Mindset, was ich an Warframe gut finde. Wenn ich Dark Souls spielen will, spiele ich Dark Souls. Als nächstes die Belohnung. Abgesehen von den neuen, teilweise sogar sehr coolen Waffen, ich meine Doppel-Katana cool, das neue Katana auch cool. Ich glaube insgesamt sind es fünf neue Waffen, könnte mich jetzt aber auch irren. Zumindest bisher kann ja sein, dass in zukünftigen Updates noch Waffen kommen. Was haben wir noch? Und einige minimale Updates für den Drifter und Frame durch die Inherenzien, die können wir ja da auch leveln, durchgrinden. Und dann kann man, glaube ich, zumindest habe ich das so verstanden, gewisse Boni mit in Space-Game nehmen. Sind die besonders wichtig? Nein, wahrscheinlich ähnlich so wie die Archon-Charts. Nett zu haben, verbessert irgendwie, teilweise Quality of Life, aber brauchen wir die? Nö, brauchen wir nicht. Ansonsten nehmen wir eigentlich nicht viel Praktisches in Space-Game mit. Die Waffen und ein paar Quality of Life, minimale Buffs, die wir auch nicht wirklich brauchen. Doviri ist für mich persönlich einfach zu sehr abgeschottet, als dass es mich auf lange Zeit fesselt. Die Belohnung für meine, also meinen 3500 Stunden, sagen wir mal Main-Account, fühlt sich ein bisschen so an, als ob man in Doviri ein bisschen wie einen neuen Account startet. Also die Belohnung für mein Space-Game sind einfach nicht so überzeugend, dass es mich jetzt wirklich motiviert, Doviri zu spielen. Theoretisch ist es für mich vermutlich sogar angenehmer Relikte zu öffnen, anschließend den Loot für Platinum zu verkaufen und mir somit die Waffen dann aus dem Markt zu kaufen. Ich weiß nicht, ob alle verfügbar sind, aber ich denke die meisten. Ich weiß nicht, ob der Grind da lange genug Spaß macht, als dass sich das wirklich lohnt, Doviri zu spielen. Aber wir werden sehen, es kommen ja noch Updates, vermutlich, hoffentlich. Manche Sachen werden verändert, manche Sachen werden hinzugefügt oder verbessert, hoffen wir, dass es noch verbessert wird. Aber ja, wir werden sehen, das ist halt noch eine Sache für die Zukunft, das ist jetzt mein erster Eindruck nach, wie viele Spielstunden habe ich inzwischen? Fünf, sieben seit dem Update? Ungefähr, ist ja auch erst seit ein paar Tagen draußen. Und zu guter Letzt, der Grind. Aber Nico, Warframe ist doch Grind, klar. Warframe ist Grind. Das ist ein Base-Element des Spiels. Aber es wird halt langsam zu viel. Das ist eine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob ihr auch so empfindet, als Veteran-Spieler empfinde ich so. Schon wieder gibt es neue Ressourcen, die man zum Craften der neuen Waffen braucht. Schon wieder gibt es eine alternative Art, Erfahrungspunkte für den Mastery-Rank zu grinden, mit den Inherentien. Gab's bei Railjack ja auch schon. Und als Veteran-Spieler fühlt man sich da ein bisschen verarscht. Zumindest ich. Man sitzt auf tonnenweise Tellurium, Plastide, Oxium, Hexanon und was nicht alles. Und irgendwelchen Edelsteinen von den Open Worlds. Aber mit jedem Update muss man neu farmen. Neu grinden. Weil die bisher gegrindeten Ressourcen nicht mehr benötigt werden. Sie sind da. Ja, dass Warframe, also das DE, Digital Extreme, den Helmeth eingefügt hat, der deine Ressourcen frisst. Nun, das kann natürlich so eine Sache sein, die darauf anspielt, dass wir einfach viel zu viele Ressourcen farmen. Passivfarmen inzwischen, die wir nicht mehr brauchen. Aber auch der Helmeth ist bei mir, ich glaub, fast maximales Level und ich will den gar nicht auf maximales Level. Das ist mir egal. Das, was ich da freischalte, ist mir sowas von egal. Und die Warframe-Fähigkeiten, die ich haben will, zumindest die meisten, habe ich bereits helmetisiert. Ich finde, das sollte ein Verb sein. Helmetisieren. Aber ja. Es wird nicht weniger mit den Ressourcen. Und das ist so eine Sache, ich würde mich freuen, wenn es mal neue Waffen gibt. Wirklich viele neue Waffen. Was heißt viele? Fünf, sechs würden ja schon reichen mit einem Update. Die auf alten Ressourcen basieren, wo ich einfach nur die Blaupausen farmen muss und ich kann sie bauen. Fertig. Ich muss nicht erst irgendwelche neuen Ressourcen sammeln. Oder wann hatten wir das letzte Mal eine Waffe in unserem Bio-Tenno-Korpus-Gönier-Labor im Dojo? Ich weiß es nicht. Ich meine, das letzte müsste das Mass-Meta gewesen sein mit Grendel. Gibt es auch ein Bild hier zum Mass-Meta. Könnt ihr anklicken. Ist oben jetzt verlinkt, vielleicht, wenn ich dran denke. Und das ist auch Grendel, das ist ewig her. Als Grendel rauskam, da ging ich noch zur Schule. Meine Güte. Das ist doch sicher drei Jahre oder mehr her. Vier? Fünf? Müsste nicht langsam Grendel Prime kommen? Ich meine, Hildrun kam jetzt. Oh, Gauss-Prime müsste ja auch kommen. Auf Gauss-Prime wäre ich gespannt. Gauss-Prime ist super. Toller Warframe. Naja. Nun. Ich will insgesamt nicht sagen, dass das Update schlecht ist. Nein, es ist gut gemacht. Visuell. Und es bringt irgendwie auch was Neues in Anbetracht des Roguelike-Elements, was mir jetzt nicht persönlich gefallen muss. Aber vielleicht gefällt es dir anderen. Wie gesagt, das ist an der Stelle ganz klar eine subjektive Meinung. Aber das Doviri-Paradox reiht sich in eine Reihe von Updates ein, die mich enttäuscht oder schlichtweg nicht überzeugt haben. Das letzte Update, welches ich wirklich, wirklich gut fand, war der New War. Was gleichzeitig aus meiner All-Time-Favorite-Update-Liste, wenn ich sowas habe. Also innerlich habe ich sowas. Ich habe keine persönlich gemacht. Aber ich würde es damit einsortieren. Lua war auch ein tolles Update. The War Within. Generell, die Story-Updates waren wirklich gut. An sich. Aber der New War, der hat das getoppt. Der war wirklich, wirklich gut. Alles, was danach kam, nach dem New War, war gelesend gesagt, meh. Die Angels of Zerriman waren nicht perfekt, aber noch im Rahmen. Die waren cool. Im Nachhinein betrachtet waren sie sogar wahrscheinlich das beste Update, was Content anging des letzten Jahres. Aber die Archons, Hals Garnison, die recycelten Missionen mit einem Twist, der nicht wirklich den Game-Mode interessanter oder schwieriger gemacht hat. Alles nicht das, was ich von, naja, was ich als neues Update nach dem New War erwartet habe. Dabei war der New War so eine gute Ausgangslage, an die man hätte anknüpfen können. Aber die E hat es leider nicht geschafft, dieses Level an Qualität zu halten, weder Story noch Gameplay-technisch. Man hätte zum Beispiel weiter mit Tau machen können. Oder Hanhou, den gibt's noch. Der Stalker, wer ist der Stalker? Den kann man jetzt sogar spielen in den Roguelike-Modus. Warum? Wird das irgendwie erklärt? Ich mein, ich bin dazu noch nicht gekommen, aber wird das erklärt? Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Also, die Archons waren eigentlich ganz cool aus dem New War und dann später halt ins Archon-Update. Ich nenn's einfach mal so. Aber auch hier eine vertane Chance, meiner Meinung nach. Zuerst einmal die wöchentliche Zeitbegrenzung. Zeitbeschränkung. Man kann sie nur einmal pro Woche machen. Was ist das für ein Bullshit? Hätten wir die so oft machen können, wie wir wollen, hätten wir das durchgegrindet, mit ich und meine normale Warframe-Gang, Warframe-Spielpartner. Aber einmal pro Woche so viel Geduld hat man oder habe ich als Warframe-Spieler nicht wirklich. Und dafür sind die Belohnungen einfach nicht gut genug. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Belohnungen sind einfach nicht gut genug. Und die Missionen, die man davor machen muss, es sind ja zwei Missionen, die man vor dem eigentlichen Archon macht. Die sind einfach nur nervig. Die dauern lange, weil die Gegner viel aushalten und dementsprechend so eine Verteidigungsmission, gerade auf zum Beispiel der Mars-Map, die ist relativ groß und die Gegner halten viel aus. Ich glaube, wir saßen da keine Ahnung, 15 Minuten, 20 Minuten nur an dieser Verteidigungsmission, vielleicht sogar eine halbe Stunde, nur an dieser Verteidigungsmission, weil wir nicht die ganze Map abdecken konnten mit Warframe-Fähigkeiten und auch weil, naja, die Gegner halten viel aus. Das sind hohe Level, aber sie sind nicht wirklich schwierig. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, ich glaube, es steht unter meinem Inaros-Bild-Video, ich habe einmal eine Verteidigungsmission auf dieser Mars-Map gemacht, zusammen mit einem Freund und einem Random und einer ist gelieft nach Runde 1 oder so. Also wir hatten nur eine Runde abgeschlossen und der war weg und es kam auch kein Ersatz. Super geil. Dann, ähm, der letzte übrig gebliebene war auch, glaube ich, ein Revenant-Spieler, der sich darüber aufgeregt hat, dass wir, ähm, möglicherweise die, äh, Revenant-Frawls, Revenant kann die ja übernehmen, mitgetötet haben, aber die standen halt darum in anderen Gegnern und wir wollen möglichst schnell durch. Also, naja, der hat sich auf jeden Fall aufgeregt, ist dann irgendwann auch in den letzten drei Runden, die wir abschließen mussten, gestorben. Und hat dann auch das Spiel verlassen und dann ist auch mein, äh, Freemate in der vorletzten Runde gestorben. Zwei Runden waren noch, äh, aktiv und ich konnte ihn nicht mehr wiederbeleben. War das so? Oder ich kam nicht zu ihm hin oder es war, nee, nee, ich konnte ihn nicht wiederbeleben, glaube ich, weil das Target die ganze Zeit gestorben ist. Ich war nur noch ein Warframe am, äh, am Start und das ist ja so ein bewegliches Target, was man wiederbeleben muss. Ich stand als Inaros. Die ganze Zeit über diesen Typen, hab ihn wiederbelebt und mit der Nahkampfwaffe alles platt gemacht, was in den Korridor kam, in dem wir gekämmt hatten. günstigerweise war die Location da so, dass die Grineer alle da durch mussten, in diesen Gang rein, aber, und der Typ ist nicht rausgelaufen, weil er halt ständig gestorben ist. Aber wir hatten die Mission dann abgeschlossen. Zumindest ich hatte die Mission abgeschlossen, da er komplett gestorben war, äh, hat er die Mission nicht als abgeschlossen bekommen, soweit ich das in Erinnerung hatte. Naja, aber Inaros kann das theoretisch solo machen, es braucht nur unglaublich viel Zeit. Wie gesagt, sau nervig. Und wenn man jetzt noch die Belohnung dazu rechnet, also die Belohnungen sind nicht gut genug, es sind diese Charts. Die Charts verbessern den Warframe in Quality of Life oder minimalen Damage Leben oder sowas halt, also, minimal. und allein, wenn man seine Lieblings-Warframes, sagen wir, du hast 10 Lieblings-Warframes, die du wirklich geformatet hast, die du regelmäßig spielst in unterschiedlichen Situationen, die brauchen alle 5 Charts. Das heißt, jeder von denen braucht mindestens 5 Wochen und in manchen willst du nur die roten haben und die gibt's nur von dem einen. Das heißt, einmal alle 3 Wochen. Das heißt, du brauchst 15 Wochen theoretisch nur diese für einen Warframe. Klar, man kann die, glaube ich, auch bei Karl kaufen in seiner Garnison, aber auch das ist begrenzt. Und wenn wir jetzt anfangen mit Tau-Geschmiedeten, also den verbesserten Charts, die man zufällig bekommen kann, damit will ich gar nicht erst anfangen. Das ist unglaublich viel Zeit, die man da rein investieren muss und das lohnt sich einfach nicht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, wie es schon häufig in der Diskussion zwischen Spielern und Entwicklern erwähnt wurde und auch in Umfragen immer mal wieder gefragt wurde. Ich würde mir wünschen einen Raid und Dungeon-Modus. So ein bisschen so wie in Wilder Scrolls Online, falls ihr das kennt. Mehrere Bosse in einer Mission mit unterschiedlichen Movesets und Gimmicks mit guten Belohnungen. Zum Beispiel nicht handelbare Skins, die man nur durch diesen Raid, diesen Dungeon bekommt und dann kannst du sagen, Joe, der hat den Dungeon abgeschlossen auf möglicherweise ist das ein schwieriger Dungeon, gerade fürs Endgame gedacht. Dann kannst du damit angehen. Es gibt wenig, womit wir den Warframe angeben können und das wäre so eine Sache, die würde mich motivieren. Ganz ehrlich. Nur mal als Beispiel, wie das so aussehen könnte. Man könnte zum Beispiel alle paar Monate mit den größeren Updates einen Dungeon rausbringen, der zum Beispiel ein unterschiedliches Thema hat. Zum Beispiel Void Theme, Void Corrupted. Und dann hat man vielleicht zwei neue Bosse, einen coolen Endboss, der nicht blöde Unsterblichkeitsphasen hat und dann nur Schwachstellen oder sowas, sondern wirklich viel Leben, coole Movesets, ein bisschen wie in Dark Souls, was die Boss angeht, nicht das Moveset, aber halt, also nicht unser Moveset, aber ein bisschen so das Boss-like von Dark Souls, würde ich mir da wünschen. Und dann bekommt man Void Corrupted Skins, zum Beispiel für Nahkampfwaffen Stangenwaffen, es geht ja nicht generell für Nahkampf, für generelle Nahkampfstangenwaffen gibt es einen Void Corrupted Skin, dann einen für generelle Großschwerter, dann einen für Pistolen generell, einen für Gewehre generell und dann vielleicht noch einen für spezielle Pistolen, zum Beispiel die Piranha, so eine Void Corrupted Piranha Skin. Und wenn man ganz viel Glück hat bei dem Raid, dann kriegt man vielleicht sogar ein Void Emphira oder Void Syandana oder vielleicht sogar ein Void Skin für einen bestimmten Warframe oder ein Void Begleiter Skin, das wäre auch ganz cool. Also rein kosmetische Belohnungen, die nur sagen, hey, du hast was richtig krasses geschafft. Das wäre meiner Meinung nach ziemlich cool. Und im nächsten Update kam dann ein Corpus Themed oder Orokin Themed und dann wieder mit neuen Skins, die man bekommen kann und ohne Zeitbeschränkung natürlich. Man kann sie so oft machen, wie man möchte. Mit guten Belohnungen. Neben den Skins kann es natürlich auch dann gute Belohnungen im Sinne von Credits geben. Du kriegst 100.000 Credits für ein Abschließen des Raids. Vielleicht gibt es dann zwei unterschiedliche Sachen wie beim Sanctuary Ansturm. Gibt es ja auch einen Elite-Modus. Vielleicht gibt es eine Elite-Version des Raid-Dungeons und da kriegt man dann die richtig krassen Sachen raus mit noch mehr Belohnungen. Ressource, irgendeine Ressource in angemessenen Glückzahlen. Zum Beispiel 50 Tellurium oder 20.000 Kuba, 30.000 Kuba vielleicht sogar. Und was weiß ich, vielleicht kriegt man noch fertige Formas. Ich würde mir unglaublich gern wünschen, dass es eine Möglichkeit gibt, fertige Formas effektiv zu farmen. Außerhalb von Plague Star gibt es da nicht wirklich eine Methode, meiner Meinung, also meines Wissens nach. Ist zumindest so eine Überlegung wert, die man machen könnte. Ich glaube nicht, dass das allzu viel Arbeit wäre. Und man kann ja auch alte Bosse neu implementieren. Zum Beispiel in Void Corrupted Jekyll, der dann aussieht wie der Jekyll, sich bewegt wie der Jekyll, aber ein bisschen stärker ist und vielleicht ein leicht verändertes Moveset irgendwie und eine andere Arena. Wäre doch schon was. Könnte so aussehen. Naja, das wäre was, was mir wirklich gefallen würde. Was haltet ihr von der Idee Raids? Vielleicht auch in einem anderen Prinzip als das, was ich jetzt gesagt habe, in einer anderen Version. aber wenn natürlich die, was würde ich davon halten? Was, was genau. Was wünscht ihr euch für die Zukunft von Warframe und wie steht ihr zum Doviri-Paradox? Haben wir ja jetzt den letzten Teil nicht wirklich drüber geredet, aber den Teil davor hatten wir ja Doviri praktisch abgeschlossen. Und warum kann ich das Cephy Deluxe Operator Set immer noch nicht auf meinen Rifter anwenden? Die haben gesagt, das geht! Das geht! Ah! Ah, better! Death by Demetrio! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR